Ich guck doch eh noch, wenn ich das... Ich bin der Alp-Controller gewollt. Jetzt kann ich direkt... Scheiße! Ich dachte, lass das mal in meinen eigenen... Nein, Kontrollen wird dabei. Das find ich sowieso geil, aber wenn wir Super Mario Party spielen... Guck mal, oder? Muss man noch irgendwas machen, oder? Keine Ahnung. Womit denn? Das muss man nicht sehen. Da müssen wir noch laden, oder? Christian Klimek. Der Kreis. Die alte Schachtel. Ich hab bisher immer zweimal im Spiel gespielt. Oh! Milo. Äh... Da spiel ich noch. Ich glaub mit Kreis, oder? Oh! Oh! Im Kreis ab. Ach, aber knapp. Knapp. Oh, ohne Brillen, oder was? Was macht der? Fünf Schritte. Hä? Das waren fünf Schritte, oder so. Ja, aber was macht der? Toll wieder mal. Okay. Ouhh. Ouhh. Ich mag damit. Doppelziehen. Ouhh. Ouhh. Einmal im Kreis. Ouhh. 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 Du stoßest noch, ich kann das nicht gar nicht sagen. Jetzt kommt die mal da. Oh. Das war gleich davon. Das schlägt aber. Da. Ja. Was machen wir mit Verletzungen? Ich fange mal an. Also bei mir, meine Schulterverletzungen, sieht es schon wieder einigermaßen besser aus. Und genauso war so vier bis sechs Wochen, die ich ausfalle. Jetzt sind es knapp vier Wochen rum. Und ich werde nächste Woche noch brauchen, um mal wieder Feste aufs Zord zu werfen und mich da ranzutasten. Aber ich denke dann, so ab, sagen wir jetzt, übernächster Woche sollte ich dann schon wieder, hoffentlich, wieder eingreifen können. Und äh... Hey, wie doch. Ja, und bei mir dann sieht es erst mal ein bisschen schwer aus. Äh, ich habe höchstwahrscheinlich nächstes Woche, äh, einen Termin für ein MRT und danach, da muss man mal schauen, äh, wie das, äh, wie das läuft mit meinem, äh, und dann muss man sich anfangen, was oder? Oder von dem dem? Ja. Oder von dem, was hat? Oder von dem? Oder von dem? Ja. Amilow, wieder im Kreis. Da war ich jetzt, da war ich wieder im Kreis. Wie geht das Spiel morgen aus? Also ich tippe ja ein bisschen gut drauf, auswärts sind wir die Saison stark. Deswegen sage ich, dass wir das Spiel auf jeden Fall morgen gewinnen. Man muss aber aufpassen, weil bei Friesenheim geht es gerade um Abstieg. Das heißt, die werden auf jeden Fall richtig reinhacken. Es wird kein schönes Spiel, glaube ich. Aber ich glaube, die haben zu gewinnen. Aber ich glaube, die haben zu gewinnen. Soll einfach nicht abgeben. Nein, ich muss beheben mit dir. Bekommen mit dir. Ja, da ist er noch. Spielpc. Weil nicht mehr. Gibt's auch Zeit eigentlich? Mach es. Topfer Spezialist. Wieder im Kreis, Milo. Einfach ohne Brille. Was macht Christian da? Paul. Mal damit. Mal damit. Der ist so. Oh doch. Einmal mit mir im Kreis. Klopp. Ach. Leben. Deine Bravo. Nein, Milo wieder im Kreis. Seit doch. Aber er. Ne. Aber das ist auf. Nein! Das ist ja auch. Tor noch. Hat Zeit? Ja, Zeit. Ich glaube, die denken, die spielen in Mannheim. Bei der Arena. Wie findest du das Spiel? Überragendes Spiel. Wie ist das schwer? Ja, ich glaube, Handball einfach zu spielen, auf einer Kondole, ist einfach ein bisschen zu schwierig. Da gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, zu viele Regeln, dass man das machen kann. Ich finde, das haben schon gut gemacht, aber man sieht einfach, dass da nicht so viel Geld reinfließt, wie beim Fußball. So. Raumbad. ... ... ... ... ... ... ... ... ... und und Stoß Stoß ja Ende nicht ich mach gar nichts und dann ist der Platz Nein! Was war das? Latte? Oder drüber? Abrella! Und dann kommt Abitschkowski. Milo! Dann läuft er wieder abgeworfen. Klimeck aus 13 Meter Besor. Oh, da ist er lieber. Oder? 20 Meter Besor. Ja. Gut so Pitchener ist. Schöner Zino Pitchener. Stoß! 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 Oh nein! Stoß! Ah! Stoß! Stoß! Milo ist schneller! Geduld! 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 Es kommt noch Platz! Geht ein! Milo wieder! Milo läuft immer vorbei. Einruf! Neweiler hat äh... Ah nein 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 nein! Oh! Was ist das Sprung? Ja von äh... Ich glaub... Wie war das hier? L2! L2! Jetzt sagst du das und dann ist das gar nicht so. Mal L2 und 3! Ah, da ist gut! L2 und 3! Ist das nicht so ogle? Ich finde du hast ne ganz schöne Klauze. Die Klauze? Hm. Die Klauze?! Achso! Guck! Es ne guter Twelve Südregioner, die... Guck mal na gut aussehlich! Von hinten geht so. Du auch hier, gucke mal guck mal... Guck mal du auch hier. Martin sieht es normal aus. Weil er hat Bauchboden. Uff. Ja. Und los. Und los. Schneller. Ja. Milo endlich nein Milo wieder zu spät. Da. Oh. Oh. Nein. Nein. Milo. Nein. Milo. 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 Nein. Milo. Milo. Stoß. 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 Pass ab. Oh nein. Oh nein. Ja. Unkreis. Ja. Ja. What a comeback. Hinten raus. What a comeback. Boah. Boah. Marvin sieht aus wie so ein Oga. Schreien Sie den Namen zu sein. Ja. Martin und Schkopf. Die sind gut befreundet. Sie sehen Sie. Hahaha. Schön. Wir sagen Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020